herzlich willkommen in bernburg der alten residenzstadt an der saale bernburg ist sitz des salzlandkreises in der magdeburger bürde auf geht's zum stadtrundgang einen ausgezeichneten blick auf das panorama der stadt und die saale schleuse hat man von der marktbrücke aus so Das Renaissance Schloss Bernburg steht auf einem hohen Sandsteinfelsen am östlichen Saaleufer. Das Rathaus Bernburg entstand um 1895 im Baustil bei der Rathaus. Das Rathaus ist reich verziert und sollte auf jeden Fall bei einem Stadtrundgang besucht werden. Die Schlosskirche St. Egidien gehört zu den prägenden Bauwerken von Bernburg und blickt auf eine rund tausendjährige Geschichte zurück. Musik 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 Der Karzplatz und die angrenzenden Straßen sind als zentrale Einkaufsgelegenheit in Bernburg überaus beliebt. Hier findet auch der Markt statt. Musik 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 Musik